Willkommen auf Mallorca! Ich möchte euch hier die Kräuterwelt Mallorcas vorstellen. Die Gemüsetheke, die ihr auch von uns kennt, mit viel bekannten Pflanzen oder ähnlichen Pflanzen. Ich möchte euch einiges Heilsame vorstellen, aber auch die giftigen, die ihr nicht probieren dürft und vor allen Dingen den Eingang zur Unterwelt, falls ihr den mal braucht. Viel Spaß!